Für uns als Lohnverhandler ist die kalte Progression ein großes Problem. Wir erhöhen jedes Jahr die kollektivvertraglichen Löhne über der Inflationsrate. Real bleibt für die Arbeitnehmer dabei von Jahr zu Jahr immer weniger übrig. Österreich ist ein Land mit ganz hohen Abgabenlasten auf die Löhne, insbesondere durch die kalte Progression. Eine Änderung würde für die Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto bringen und für uns Lohnverhandler auch ganz neue Möglichkeiten der Lohngestaltung eröffnen.